Hör! Hör! Ich hab ja liegen, ey! Normalerweise, wenn man Horrorfilme kennt, zum Beispiel, dann erschreckt man sich meistens beim Jumpscare. wenn irgendwas aus irgendwo rausspringt. Und wenn man mal diese Szenen mal analysiert wie zum Beispiel bei Amityville Horror da gibt es ja diese Augen, die durch den Fenster gucken und dann sind da Geigen, die man hört macht man mal den Sound aus und dann die Augen, dann ist das lächerlich zum Beispiel also es ist viel gruselige Musik benutzt, um Gänsehaut zu erzeugen Horror beruht viel auf Musik aber selbst das kommt bei mir nicht mehr richtig an das ist es was ich meine das kritisiere ich durch dieses Erlebnis was uns alle angeht was jetzt zu wer echt tief im Hasenbau drin Boah, zwei Stück und ich muss nachhaben Boah James, James du bist nur auf Abwägen unterwegs in deinem Kopf möchte ich nicht zu Hause sein aber was kann das auch bedeuten dass er diese ganzen Sachen er umbringt sind das Gewaltfantasien Aggressionen die er in sich trägt wegen seiner Frau auch teilweise weil er ist ja eigentlich so ein ganz netter lieber Typ oder? er ist höflich und so wie da auch beschrieben und versucht die Leute zu helfen die er da so sieht und ja aber trotzdem hat er eine dunkle Seite an sich weil er hat ja seine Frau erstickt wenn wir dann auch später drauf kommen werden mit einem Kissen das will ich auf jeden Fall schon mal vorsagen können weil das gehört zur Story dazu das muss man analysieren dabei und wenn er sie erstickt hat das liegt halt da dran und ich gelesen hab jetzt dass er dann mit der Situation nicht mehr fertig wurde weil sie ist auch dadurch hat sie sich verändert hat sie ihn wohl irgendwie emotional immer angemacht hat so was heißt angemacht das ist eine schlechte Beschreibung dafür sie hat Stimmungsschwankungen gehabt wegen ihrer Krankheit weil sie war zum Tode verurteilt worden quasi in Anführung schlichen weil die Ärzte nichts mehr tun konnten und dann hat er halt nichts mehr machen können hat versucht zu helfen konnte sie aber nicht mehr und dann hat er halt sie getötet weil sie zu viel wurde alles 哇 Topharmidenkopf от oo где naled da kommt ein da kommt ind surrounding kopf Da hole ich den jetzt nicht hinterher, oh ja, oh scheiße, da ist mir leid, also ich spüre das unterschwellig, dass es gruselig ist, das spüre ich auf jeden Fall noch 100%, wow, wow, was ist das für ein Raum, scheiße, unterschwellig spüre ich das, da ist es was gruseliges, aber es kommt nicht hoch, sage ich das mal so, ich beschreibe das mal so. Ich spüre so eine Anspannung dabei, das spüre ich auf jeden Fall. Hey Freundchen, pass auf was du machst. Hier war ich schon. Also wenn hier schon mal einer liegt, dann war ich hier schon. Muss ich hier nochmal runter. Geschafft. Okay, ich speichere nochmal. Aufzug. Okay. Also hier sollte ich jetzt spätestens Gänsehaut bekommen, aber hier am Arm so, aber da sieht man ja nichts. Und wenn ich allein schon in die Dunkelheit reingucke, ey. Alter. Oh, Daddy, please don't. Angela? Daddy ist böse. Alter, geh weg. Geh auf mich zu besteigen, Daddy. Na auf mich zu besteigen, Daddy. Nein, Alter. Iiii. Perverses Sau, du. Was hast du mit deiner Tochter gemacht? Ich hab genug Muni, um dich fertig zu machen. Nein. Nein. Alter. Ey. Ich will schwein. Die soll 17 sein. Angela, relax. Don't honor me around. Ich bin nicht zu schwein. Ich versuche dich zu schwein. Also, was du willst, dann? Oh, ich verstehe. Du versuchst dich zu mir, richtig? Ich weiß, was du bist. Es ist immer das, was du bist. Du bist nur ein Ding. Nein, das ist nicht wahr. Du bist nicht wahr. Geh, und sagen Sie es. Oder du kannst mich einfach nicht. Du bist mir. 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 Angela, don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... ...this tisht ...the James bestiegen hat. Oh, ey, so grausam. Und die soll 17 Jahre sein. Das haben die Entwickler gesagt. Ich habe so ein Remake gesehen. Äh... Wie heißt das? Ich hab's jetzt vergessen. Hat so ein Film dazu, so eine Dokumentation. ist der e kraft making of ein rätsel ich hoffe mal das ist nicht tödlich sein gesicht ist mit einem blatt papier bedeckt darauf steht etwas geschrieben dieser mann wurde wegen betrugs gehängt recht und rache wurden damit genüge getan ob es um rache gehen sollte weiß ich nicht so bin ich nicht so ein fan von dieser mann wurde wegen diebstahls gehängt recht und rache wurden damit genüge getan ja james das will nur der pyramid hat von dir dieser mann wurde wegen entführung gehängt recht und rache wurden damit genüge getan also ich mag das wort rache nicht es ist klar dass man diese sachen empfinden kann wenn ein unrecht passiert aber es sollte in keiner blutrache enden oder auch so keine selbstjustiz werden wenn dann würde ich von rechtschaffenheit reden rechtschaffenheit also gerechtigkeit aber nicht durch todesstrafe das möchte ich nochmal betonen hier dieser mann wurde wegen mordes gehängt recht und rache wurden damit genüge getan weil es ist halt ethisch verwerflich die todesstrafe und es ist gut dass die abgeschafft ist da könnte ich auch noch ein bisschen was zu erzählen aber da müsste ich ein bisschen nachdenken weil es ja nicht nur dass das teuer ist darum geht es ja auch nicht nur aber auch nicht dass es nur ethisch verwerflich ist dieser mann wurde wegen brandstiftung gehängt recht und rache wurden damit genüge getan brandstiftung dieser mann wurde wegen fälscherei gehängt recht und rache wurden damit genüge getan wegen fälscherei gehängt wegen brandstiftung gehängt wegen mordes gehängt wegen entführung gehängt wegen diebstahl gehängt das ist krass nicht nur die hand abgeschlagen gleich gehängt und wegen betrug gehängt wegen betrug gehängt wegen betrug gehängt das ist ja noch schlimmer als im mittelalter das ja auch goldene phasen hatte natürlich es ist nicht nur ganz dunkel gewesen das mittelalter aber was ich sagen wollte zur todesstrafe ist halt schwierig auch wenn man an falsche erinnerungen denkt dass es erinnerungsfälschungen geben kann auch bei zeugenaussagen und so kann jemand zu tode verurteilt werden der eigentlich unschuldig ist das sind alles Aufgaben mittlerweile wo es falsche urteile gegeben hat und zeugenaussagen die können verfälscht sein da hat jemand vielleicht eine blaue Jacke gesehen die er gar nicht gesehen hat wirklich weil die war vielleicht einfach lila oder so und schon ist da jemand am Stuhl das geht zwar nicht so schnell aber kommt halt drauf an was da die Beweiskette ist und was zu was führt da gibt es halt falsche Erinnerungen und wir alle können falsche Erinnerungen haben so funktioniert das Gehirn deswegen auch kognitive Verzerrungen die auch zu Straftaten führen können das ist schon ziemlich interessant das Gehirn wie es lernt und wie wir Fehlschlüsse haben wie wir auch an der Desinformation anheimfallen können oder auch an Propaganda und anderen Sachen wie sich das Gehirn reinlegen lässt durch Emotionen auch selbst wenn man nur an das Bauchgefühl denkt und so hat James wahrscheinlich gedacht er macht das Richtige indem er Mary erstickt ich hab da auch so einen Fall da werde ich noch später ein bisschen drüber reden also aus der persönlichen Umgebung ich habe jemanden ein, zwei Wochen vor die Hand geschüttelt bevor er seine Frau mit einem Kissen erstickt hat nachdem er draußen war auf dem Knast habe ich ihm den Rücken gekehrt ich wollte mit dem nichts mehr zu tun haben und er hat es aus Liebe getan also das ist schon ziemlich nah an James Sunderland dran auch wenn das natürlich aus ihrem Entschluss entstand aber es gibt ein Recht im Grundgesetz sozusagen festgeschrieben der Freitod das ist ein Recht das wir Menschen haben also auch Sterbehilfe aber man darf nicht selber morden man darf jemandem nur dabei helfen dass er das selber tut aber nicht selber aktiv werden und ein Kissen am Kopf setzen oder sonst wie irgendwie ersticken oder so das ist dann Mord und das wird bestraft so von da bin ich gekommen hier war ich hier ist das also jetzt haben wir erstmal ein Rätsel da wollte ich mir echt die Hände waschen nachdem ich das gehört habe und gelesen habe in der Zeitung da wollte ich mir nur die Hände waschen oh endlich mal Text Tote Männer Tote Männer Tote Männer baumeln in den Baum wie viele tote Männer sind da anzuschauen die Zungen blau und das Gesicht aschgrau wie sie sich drehen und wiegen oh schau der erste ermordete den Metzgermann biet ihn in der großen Pfanne dann serviert ihn in seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten also hier zum Kannibalismus der erste ermordete den Metzgermann also der erste ermordete den Metzgermann beriet ihn in der großen Pfanne dann serviert ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten also der erste ist ein Mörder der nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahlarme Kinder von den Straßen am Berg an Männern in gar widerlicher Kleidung verkauft er die Braven als deren Sklaven der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck der Tropf am Morgen ist er im Gefängnis erwacht denn er hatte sich mit Bier gefüllt den Kropf der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tand aber der Regen war sein Verderben die Tinte ran sein Leben liegt in Scherben mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold das er nicht verdient des Tags hortet und packt es fort so sagt verschwand still und heimlich in der Nacht zu Asche verbrannt zwei Häuser und ein Haus der Sheriff weiß nicht ein noch aus sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase Tote Männer tote Männer baumeln in dem Baum wie viele tote Männer sind da anzuschauen sechs Fuß lang und sechs Mann breit um ihren Hals die Schlinge liegt bereit das ist gruselig okay ich brauche mal einen Stift schreit also ich male das mal jetzt hier auf so ein Kasten da mache ich da eine 1 eine 2 eine 3 eine 4 eine 5 eine 6 also ganz simpel Betrug eins ist Betrug dieb entführer Mord Brandstifter mache ich einfach Feuer Feuerteufel Pyromane oder was na komm schon Fälscher okay das sollte ja nicht so schwer sein Tote Männer tote Männer baumeln in dem Baum wie viele tote Männer sind da anzuschauen die Zungen blau und das Gesicht aschgrau wie viele sich drehen und wiegen oh schau der erste ermordete den Metzgermann also der erste ist die 6 briet ihn in der großen Pfanne dann serviert ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten eat the rich der nächste mit Lache und Zuckerwerk stahlarme Kinder von den Straßen am Berg also Entführer ist der zweite der Entführer an Männern in gar widerlicher Kleidung verkauft er die Braven als deren Sklaven nochmal der nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahlarme Kinder von den Straßen am Berg an Männern in gar widerlicher Kleidung verkauft er die Braven als deren Sklaven freimt sich gut der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht der Dieb ist die drei ähm ich schreibe das nochmal anders auf ich schreibe das nochmal anders auf ich brauche das kleiner Zettel äh 6 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 hab ich gesagt ähm der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck der Tropf am Morgen ist er im Gefängnis erwacht denn er hatte sich mit Bier gefüllt den Kropf der Künstler mit den sicheren Hand mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand das ist der Fälscher Fälscher ist die 4 also 4 bleibt 4 der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tant aber der Regen war sein Verderben die Tinte ran sein Leben liegt in Scherben mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold das er nicht verdient des Tags hortet und packt es fort so sagt verschwand still und heimlich in der Nacht haben wir denn jetzt noch übrig das ist Betrug das ist der Betrüger dann mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold das er nicht verdient des Tags das ist der Betrüger also 1 ist 5 1 ist 5 bin ich jetzt schon fast beim Ende zu Asche verbrannt zwar Häuser und ein Haus der Sheriff weiß nicht ein noch aus sieht einen Fremden in der Straße mit Vase sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase tote Männer tote Männer baumeln in dem Baum wie viele tote Männer sind da anzuschauen sechs Fuß lang und sechs Mann breit um ihren Hals die Schlinge liegt breit ein Augenblick ich habe da was falsch gemacht ne gar nicht wahr 6 ist 1 3 ist 2 2 ist 3 4 ist 4 5 5 ist 6 5 ist 6 und ich muss mal eben kurz wieder was machen so da bin ich ja wieder ich musste mal eben das Katzenklo sauber machen weil irgendwie ist das immer abends also die 6 ist die 1 ich habe mir das jetzt so aufgezeichnet wenn man das sehen kann ganz kleines Feld nur überreicht er da hängt ein Seil von der Decke wirst du dran ziehen? die 6 ist die 1 der Mörder der Entführer ist die 2 der Entführer ist die 2 der Dieb der Dieb der Dieb ist die 3 der Dieb ist die 3 alter der Fälscher ist die 4 der Fälscher ist die 4 der Betrüger ist die 5 der Betrüger ist die 5 und der Brandstifter die Nummer 6 das war das richtig? ich habe den Schlüssel des Fälschlich Angeklagten der Fälschlich Angeklagten hier liegt das Papier das das Gesicht der Leiche bedeckte ich habe den Schlüssel des Fälschlich Angeklagten ja habe ich doch gesagt Schlüssel den er zu Unrecht was? Schlüssel den er zu Unrecht hingerichteter Häftling hinterließ so Entschuldigung ich bin noch ein bisschen aufgeregt das zu zocken wie war das ne? wo geht es jetzt weiter James? da etwa? der Griff der Griff kann erst gedreht werden nachdem die Handschellen abgenommen wurden also der Brandstifter der wurde zu Unrecht beschuldigt und er hängt da ist es das ist etwas Kommen wir jetzt endlich ins Hotel kommen wir jetzt endlich ins Hotel gleich wir müssen jetzt zu diesem Bootschupen kommen oder? Wasser ist ja schonmal da Und sie haben übrigens keine Karte von diesem Gebiet Nein, da will ich nicht jetzt Okay Abgeschlossen Wie, da kriegt man einen Schlüssel für? Okay Maria? Maria? Maria, nein What happened to you? Why? 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 Mary? Why? Why? Raum gibt es nichts mehr für mich. Ich wollte übrigens noch gesagt haben, weil ich gelesen habe. Es gibt einen Brief, den wir ja bekommen haben von Mary und der verschwindet immer wieder in dem Menü, was wir haben. Das soll ein Indiz darauf sein, dass James Halluzinationen hat. Auch interessant. Die Kameraperspektiven sind doch so geil gemacht. Wie so ein alten Horaufel. Hitchcock und so, ne? Ist ja bei Teil 1 richtig gut umgesetzt. Die Musik bleibt. Ich speichere erst mal. Bevor ich hier irgendwas anrühre. Also wir sind im Labyrinth. Ein Labyrinth in James Kopf. Jetzt in der Katakombe angekommen. Ein Labyrinth. Auch eine gute Metapher. Ich sehe da schon Schlüssel liegen. Eine Ampulle. Die dritte Ampulle gefunden. Schrotpatronen. Was sind das wohl nur für Gräber? wenn man das mal so sieht hier ist irgendwie so ein Friedhof hier ist irgendwie Moment wieder so ein Teil vom Labyrinth in seinem Kopf das hat man betreten durch dieses Gitter das abgeschlossen war und er musste erstmal realisieren dass Maria tot ist irgendwie und dann hat sich das in seinem Kopf geöffnet diese Erinnerung wer weiß wie das alles gemeint ist und dann kommt er in die Katakombe ist das jetzt der Abgrund also ganz tief unten jetzt geht es nicht weiter runter ey ist mir doch mal weh als Graben liegt hier ist eine Grabeinschrift dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde das ist also ein Gefängnisfriedhof der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt um ihn lesen zu können zu zerkratzt kann man nicht lesen hier steht ein Name auf dem Grabstein Miriam K. Verräterin Walter Sullivan Walter Sullivan ist ein Serienkiller ist hier ein Serienkiller Walter Sullivan ist hier ein Serienkiller Walter Sullivan der liegt also begraben hier ok die haben sie hingerichtet interessant weil der kommt ja nochmal in Teil 4 drin vor ne tja James jetzt sind die 3 Gräber nimm Görnie nur Eddie Dombrovski der ist tot Angela Orozco die ist auch tot jetzt kommt es bereit James Sunderland oh ich kriege Gänsehaut ein bisschen geil das ist echt gruselig hier geht es ja noch ein bisschen tiefer oh mein Gott jetzt springen wir in den eigenen Tod wirst du gehen ich muss niesen ein Augenblick na James spürst du auch die enorme Hitzewelle ohne Hitze diese emotionale Hitzewelle das war schon extrem 2019 jetzt haben wir Dunkelheit und Nebel geil eine rote Tür Gefahr also sind wie gesagt alle tot wie ich schon am Anfang gesagt habe irgendwie sind sie nur da Eddie what are you doing what does it look like he always busted my balls you fat disgusting piece of shit you make me sick fat ass you're nothing but a waste of skin you're so ugly you're so ugly even your mama don't love you well maybe he was right maybe I am nothing but a fat disgusting piece of shit but you know what but you know what it doesn't matter if you're smart dumb ugly pretty it's all the same once you're dead and the corpse can't laugh from now on if anyone makes fun of me I'll kill him just like that Eddie have you gone nuts I knew it you too you're just like him James oh hey I didn't mean anything don't bother I understand you've been laughing at me all along haven't you ever since we first met I'll kill you James I'll kill you James das war schon das sollte ich echt mal auf schwer spielen was hat der hier für ein Massaker angerichtet ey der ist echt gestört wie komme ich denn da dran da kommt man doch nicht hin ach das ist ein Kopf ich dachte da liegt Munition ups da liegt aber trotzdem noch was also er ist weggelaufen ach geht der mal weiter do you know what it does to you James when you're hated picked on spit on just cause of the way you look after you've been laughed at your whole friggin life war bingo scheiße that's why I ran away after I killed the dog ran away like a scared little girl yeah I killed that dog it was fun it tried to chew its own guts out finally died all curdled up in a ball then he came after me I shot him too right in the leg he cried more than the dog he cried more than the dog he's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee you think it's okay to kill people you need help Eddie oh yeah don't get a holy on me James this town called you too you and me are the same we're not like other people don't you know that let's party now that's why so fast now you're into Toilet now you're now you're now 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 you're now you're now what Hey, hör auf damit! Was bockst du mich? Was hast du davon? Schwabbelbacke. Eddie? Eddie? I... I killed a... a human being. A human being. Einen Menschen. James. Was macht das mit dir? Mary. Did you really die three years ago? Okay. Er hinterfragt sich selbst. Erst. BANG! 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 Die Hand् ýge.. Dad-End! Hein.. äh.. Einbahnstraßen. Hier geht es nicht weiter. Also nochmal hier runter. Was soll schon passieren? Hier ist absolut nichts mehr. Wir müssen so anders weitergehen. Hat der vielleicht noch was bei sich? Nee. Oh! Große Töne. So viel Speicher? Na gut. Aber ich will jetzt die ganzen Speicherpunkte abgespeichert. Juhu, jetzt geht es zum Hotel. Oh! Meine Güte, das ist eine Suppenküche. Da möchte man schon ein Haus als Muster erkennen. Ist da aber nicht. Da mache ich irgendwas falsch. Ich achte gerade, ob irgendwo ein Licht ist. Da. Da ist ein Licht. Das habe ich gerade schon gesehen gehabt. Da geht es nach Mary. Und wie man jetzt gemerkt hat, er beginnt langsam den Mord nicht mehr zu verdrängen. Er hinterfragt sich. Ob sie wirklich gestorben ist. Hinterfragt er zumindest. Nachdem er einen Menschen getötet hat. Was ihm zu nahe ging. Aber sowas will kein Mensch machen. Kein Vernünftiger. Er rational handelt. Dann wird James kognitive Verzerrungen gehabt haben. Als er seine Frau ermordete. Und dann hat er das irgendwie verdrängt. Wie will er damit leben, wenn das schon zu hart für ihn war, bei Eddie zu erschießen. Wir haben das Hotel erreicht. 이렇게 über die Grüße kommt. Ich frage sie mich. Ich trage sie mich. wearing die Grüße. Und dann, haben wir die Grüße. Ich frage sie mich. Und dann wappen mir. Und dann, Und dann, ich frage sie mich. Und dann würde ich es abwärts. dieser ort hat sich in den drei jahren überhaupt nicht verändert so kann man die sonnenuntergang genießen sonnenaufgang nicht überhaupt nicht ich geh jetzt mal hier draußen rum da ist ein brunnen in der gestalt eines vogels im moment kommt kein wasser heraus ich habe eine spieldose kleine meerjungfrau kommt aber noch kein wasser raus immerhin schon mal die spiele nicht übersehen eine karte lakeview hotel hier sind einige räume waiting for you in 312 ich warte auf dich was ist das zimmer 312 das ist das zimmer das mary und ich bewohnt mary bist du hier oder vielleicht ich habe eine karte des hotels für gestern ja james wir sollten mal speichern wo sind wir jetzt 1f da ist die lobby da sind viele reingekommen da ist der ausgang ok ist wohl der hinterausgang schlüssel fisch ich habe eine schlussfische äh schlüssel klavier 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 Sie ist hier, nicht sie? Wenn du wo sie ist, erzählst du mir. Ich bin Mühe von Gehen. Ich wünschte, dass ich es wusste. Aber sie sagte es in ihrer Lettere. Was Lettere? Willst du es lesen? Aber nicht erzählen Rachel, okay? Wer ist Rachel? Sie war unsere Nurse. Ich habe sie aus ihrem Locker genommen. Okay. Jetzt gehen wir der Wagen auf den Grund. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Hat es aber nicht vergeben. Jetzt bin ich weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft. Ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht. Aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Uh, da hin geht der Hase ohne. Haben sie sich im Krankenhaus kennengelernt und hätten sie gemocht. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem achten Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Wow. Gänsehaut. Laura, wie alt bist du? Ähm, ich habe letzte Woche acht geblieben. So, Mary couldn't have died three years ago. Huh? Could, could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Okay. Dann ist das wohl doch keine drei Jahre her, als er seine Frau ermordet haben soll. Oder als sie gestorben ist an diese böse Krankheit. Eine Zeichnung von Laura. Eine Katze. Oh, süß. Ähm. Also wir haben hier einen Schlüssel gefunden mit Fisch. Dann war hier das Mädchen. Laura. Was? Was für eine? Ja. Oh, was denn? Was denn das mit einer? Oh. Oh, was denn, das ist alle Oh. Oh, was denn das? Was ist denn hier? Ah, das meine ich. Liebe Krankenschwestern. Die Beine, die zappeln, ob derjenige, der erstickt wird. Aber das sind ja keine Krankenschwestern, das sind nur Beine an Beine. Nur.